1 0 Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinen Freunden hier zu GTA Online und diesmal zum Rett, diesmal ist noch Bombo dabei, hallo! Hallo, guten Abend, auch bei mir willkommen! Äh, Master? Hallo? Hallo, Master! Yes, es ist Gott im Himmel! Äh, hi! Hehehe Alter! Wie, was? Hä? 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 Okay, mein Auto ist definitiv das Falsche für hier Hier war die Schnellgehaltkrabbe Habt ihr auch den Drifter? Offenen? Das ist ein Drifter Ja Ein Drifter! Ah, ein Drifter Hallo, wo geht's denn hier lang? Einfach der Strecke entlang Ja, der sagt bloß nur einfach! Hehehe Oh! Hä? Hallo? Ich fände die Runde nicht Hehehe, du bist ja total vertürbelnd Er erinnert mich aber an den Demolition-Durfing Hehehe 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 Eiii Ich könnte mir in der Wand hängen Komm, Gas! Wo sind's denn? Eine Ne? Ne? Ja doch, aber ist halt 10 Meter Zeit Okay Ja! Den ist weggefährt Ja! 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 Wieso geht's denn hier? So rum? Alter, nein! Ich bin immerhin der komische Ratsabfäng Hau ab! Hier komm ich! Nein, das ist echt voll weg! Hehehe Boah das gibt's doch nicht! Hey wenn ihr neben mir im Weg steht Und der nächste Oh Alter Nachplatz Hier kommt der Landvogt Der Landvogt? Ja super Umsteuersparken Yes Was war das erste? Was? Aber sich beschweren Weiß Nur das Beste Du sollst dich beschweren Dein erster werden Ich mag überhaupt nicht Dich kriege ich noch Nein, dich kriege ich nicht mehr Da, was ist das Ziel? Du glaubst ja nicht Immerhin Ja Platz 5 Irgendwann oben War auf jeden Fall falscher Auto Das Gefühl hatte ich auch Das Gefühl hatte ich auch Komisch Man kann sagen, der der den Start gewonnen hat, hat das Rennen auch nicht so gut gefunden Ja Ja und ja So geht's mal auch immer Nimm mal die Ecke Du hast ihn um die Ecke gebracht Ne hat er eben nicht, er ist ja hängen geblieben Mann, 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 Mann Er ist einfach erst Naja, war jetzt nicht unbedingt toll Daumen runter Scheiß Scheiß Rennen Scheiß Ja, weil du nicht gut bist Okay, dann müsstest du jedes Rennen schlecht bewerten Das war's aber nicht nett Das war ehrlich, aber nicht nett Wir treffen uns gleich in einem Wasser, ja? So, was machen wir? Für Buckelpiste war mein erstes GTA-Rennen Buckelpiste, ja, nur weil du das Rennen kennst und erster wirst, ja Vielleicht Nein Ist okay, ist okay Immer mit solchen Tricks Kennt keine Rennen, er kennt sie nicht Nein, nein, nein Ich hab' ich den eh jedes Rennen Ich hoffe, ich hab' ich zu lange gespielt Mit dem Level darf man das auch, ja Der tolle Ladebeschirm Oh, du bist rausgeflogen, nice Easy hat das Spiel verlassen Jetzt müssen wir wieder auf den Ladebeschirm Ladebeschirm hab' ich auch noch Ich hab' auch noch Ladebeschirm Immer diese Wolken Ah, Sky, Sky, Sky Fly, fly, fly Ah, es passiert was Ah, jetzt, ja Ah, jetzt, ja Du trittst, okay, du hast verlassen, wir müssen dich nochmal einladen Du bist trittst wieder bei Kannst dich mal entscheiden Ich mach' gar nichts, weil ich immer noch in der Ladebeschirm hängen Kannst dich GTA mal entscheiden Yeah, GTA Jetzt bin ich auf der Straße, aber kann ich... Ach doch, ich bin beigetreten Ah, guck an, da ist er Bin doch da, was macht ihr für'n Stress Wer macht denn hier Stress? Unglaublich Ich mach' nur Stress auf dem Dach Hehehe Das eigene Fahrzeuge ein Du Arsch Oh, ich hab gar keins davon Oh mein Gott So, was finden wir jetzt hier? Hilfe Motorrad. Die Sanchez? Ja. Oh, die Beule im Gesicht, alter. Oh, 500 Euro wohl auf Dollar hab ich mich gewettet. 500 Euro. Auf geht zu Runde 2! Ein Buggy, ansonsten auch bloß Motorräder, wenn ich es richtig sehe. Oh, der Beste, der überfährt alle, oder? Okay, zwei Buggy's. Dude. 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 Der eine fährt wirklich die andere. Gegenverkehr! Ja. Ich bin eigentlich weggefetzt. Dude, dude! Alter, der mit Buggy, der ruft halt die ganze Zeit an. Komm ab! Gar nicht nett. Oh, Sack. Man, ich hab die Hau. Geiße. Wer hat's da eigentlich zurückgefetzt? Ja, komm, ich hab den Buggy, ey. Ja. Oh, der eine ist auf die Fresse geführt. Kuschelpiste. Ah, da kommt der Beste. Ah, da kommt der Buggy. Ja. Da kommen beide Buggy's. Oh, scheiße. Oh, da kommt das Gefängnis. Ja. Oh, aber grad so. Halt hier. Ah, okay, die Fahnen falsch. Sehr gut. Was war das jetzt bei dir, Marcel? Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt bin ich gelänzt da. Hau ab! Nein, wie, hau ab? Hallo? Ich bin neu, ich darf das. Nein, das ist Cheetah. Nee, Sanchez, nicht Cheetah. Cheetah war ein anderes Spiel. Und sie drehen und schneller. Ah, scheiße, wir holen eines. Windschatten wahrscheinlich. Oder aufholen. Oder beides. Oder beides. Okay, also meine Leitung, die macht das nicht wirklich mit. Easy, du. Hinten, vorne, hinten, vorne. Jetzt beide, jawoll. Wie soll ich mich da konzentrieren, wo ich fahren muss? Oh, was war das jetzt? Ja, du. Du bist voll der Hacker. Du machst alle kaputt mit deiner Leitung. Was heißt denn, ich war alle kaputt? Ich war Kilometer weit weg von dir. Nein, das hast du nicht reingefahren. Nein. Guck meine Aufnahmen an. Ja, meine Leitung ist ja vorne, hinten. Vorne, vorne, hinten. Überall. Teleporter. Ja, und was für ein Teleporter? Windschatten, komm. Komm, Windschatten, komm. Sau, Windschatten, komm, komm. Windschatten, komm, komm. Windschatten, bringt gar nichts. Ich komm an den ersten nicht ran. Nein. Doch, ja. Doch, ja. Natürlich komm ich dran. Halt mal auf, ich wills weiter werden. Moment. Fall, brauchst du deinen Fahrt? Fall noch. Ah, du Buggy, du Penner. Ja, genau, du Leitung. Yes, yes. Oh. Oh. Jetzt bist du mir runter in die Bücke gefahren. Go, go, go. Ecke, hallo, jetzt hast du mich überholt. Wie denn? Da ist das Ziel, nein. Jetzt werde ich wieder Fünfter. Oh, super. Diese scheiß Leitung hier. Verklagt die Telekom. Ja. Ja, Telekom Leitung. Ja, was anderes kriegst du ja draußen ja nicht. Oh, unfassbar. Dann habe ich letzte Woche immer ganz brav angefragt, ob es dann vielleicht was machbar ist, dass es was Sölleres gibt. Hat mir Hoffnung gemacht, ja Glasfaser wird das nächste Vierteljahr ausgebaut, aber es war ein anderer Ort. Super. Also ganz hier bei uns und ganz umgeben wird es mit Glasfaser ausgebaut. Ja, ich hoffe ja auch, dass es dann so Frühling nächsten Jahres soweit ist hier. Oh ja, das wäre echt mal Zeit, hey. Ja. Und mitten in der Stadt und das ist nichts. Ja, normal. Das war ja früher selbst mit dem Handy so. Auf dem Land hast du besten Empfang mitten in der Stadt. Null. Gar nichts. Hängen wir noch eine Runde dran, oder? Ja, würde ich sagen. Drei Runden, ja. Gönn dir. Gönn dir. Dass sie alle so kurz waren. Machen wir das. Mit so vielen Menschen. Oh ja, mit dem. Oh ja. Mit den Gummiredern. Das hat dein Runden gemacht, Alter. Es ist Marc oder das? Geh nicht mal Rots hin. Oh, ich habe mir das Licht angemacht und das Blenden füllt meine Fresse. So. 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 yszdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutscherduckdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeutschdeuts Oh, die verarsche! Spiel, verarsche mich! Guck, Spiel, mock mich! Jeder hat was anderes aus, oder? Nee, der hat einen Bug. Ich bin Deutschland! Dann war es doch ein Bug von dir, ja, hä? Naja, also ich hab ein anderes Auto. Und du gebürst, gewinne. Hä? Oh! Okay, so nicht. Okay, so vielleicht doch. Wenn ihr das weiterhin macht, dann könnte ich vielleicht doch gewinnen. Hi! Hey! Ja, ich kann nur ein welches Freifeld anzapen. Oieieieieieiei! Du warst egal. Gattet was. Gattet! Alter! Du warst alle auf den Sack, ja? Hä? Wo geht's denn hier lang? Nein! Doch! Au! Du wurdest von allen Seiten gewonnen. Du ist Sau! Denk dran, dein Video dann mit FSK 18 anzugeben! Unglaublich! Nur mit dir, weil du mich zu Ungarn hast. Ich hab immer auf die Kleinen! Ja, ist doch mal so! Oh Gott, ich fliege! Wie du fliegst? Flugzeug, Cheater! Ja, Herr kann! Sag ich doch! Das ist unfassbar! Okay, Kleiner! Nein, 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 nein! Mittler, bist du es? Oh, Entschuldigung! Mal, hättest du mich nicht so weggekickt? War Zweiter! Und dann... Ja, BAM! Ja, BAM! Ja, BAM! Super, ich bin die Dritter! Cool, ich bin Zweiter! Ja, bis eben einer! Er... Nicht schon wieder die Kurve! Erster! Alter, was ist das für ein Rennen! Einen Vorteil haben die Trucks, die geben mächtig Windschatten! Oh mein Gott! Au! Das ist zu nah... Domino... Ne, Domino Daniel! Ja, genau! Und dann steht da nix und mich knallst nach oben! Komm, mich reifen halt! Ey! Und was? Erst... Ich hab grad nicht meinen Truck ausgewählt und krieg den Truck! Was ist das für eine Scheiße! Es kann sein, dass du so etwas ausgewählt hast! Sperr mich! Viel zurück! Ja, du bist ein populärer YouTuber! Genold Spiel! Was geht der? Das ist der Wetter! GTA 5! GTA 5! Von Andreas Edition! Genau! GTA 5a! Ach du Scheiße! Loll! Wo geht's denn hier jetzt lang? Oh, folks! War abwärts! Da fahr dich! Wie abwärts! Ich bin grad auch schon oben! Yeah! Kann man denn das? Bremsen! Bremsen! Und Monzen Truck hat vier Antennen! Was hält jetzt? Mann, hey! Wie geht's denn da runter? Ja! Bäume! Was? Felsen! Einzig Support am Monzen... Okay! Wird nicht so schnell! Ja! Ach, hier geht's lang! Sag das doch einer! Hier geht's lang! Ah! Nein! 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 Nicht schon wieder! Oh, Mann, eh! Es lief so gut! Lasst mich hier durch! Oh, du blödes Auto, du blödes! Wirklich, Alter! Jemand kriegt Auszeichnung Drehwurm, ja klar! Nein, kotzt der Fahrer aus dem Auto! Deswegen durch die Wildnis! Weil wir durch die Wildnis verhören! Ja, also City-Runde kann man das hier wirklich nicht nennen! Alter! Hadele Kuhle! Nein! Das war so klar! Und da abwärts! Ach! Abwärts! Memo an mich! Nie wieder bif da! Ja! Ach! Da unten auch noch! Ja, super! Hurra! Das Ziel! Ja! Ja! Immerhin! Den Baum! Abwärts! Was? Wie kommt man da unter die Brücke? Kommt man gar nicht durch! Ich komme! Unfassbar! Und wer ist schuld? Der Schweizer! Du! Du bist schuld! Dass das schon passiert ist! Und weil du schlecht bist? Nein! Danke! Gut, dann war's das mit dem Papier, Alter! Ich hab's auch nicht gefallen! Und oh, wir sehen uns, denke ich, in meinem nächsten Part wieder! Definitiv! Bis dann! Tschüss! Tschüss!